Ja, und wir haben eine neue natürlich bekommen, ihr habt es ja gehört, Atolle Befehle, so heißt die Quest, die wir jetzt spielen. Atolle Befehle, aha. Also, der Schiffsführer befindet sich am Schiffswrack südlich von Kythera. Also ja, hier, man sieht es schon. Also wir machen die Atrestea jetzt bereit, ein Schiffswrack wurde beim Kythera Atoll südlich des Kanadea-Buch gesichtet, quasi hier irgendwo, und der Schiffsführer versteckt sich im Lager am Schiffswrack auf der Insel. Also wir müssen einfach zur Atrestea und nach unten segeln, im Großen und Ganzen. Der Rest wird uns Icarus, wie immer, darauf hinweisen. Wir sind ja nicht so schlau, wir gucken einfach mal, wo wir hingehen müssen. So ein richtiges Suchen gibt es hier nicht. So, jetzt sind wir wieder auf dem Schiff. Und los geht's. Also wir wollen wirklich nur den Kult eigentlich besiegen, das ist auch mein Hauptanliegen. Ich meine, Alexo hat schon so viele geknattert, das kommt auch nicht mehr auf die eine an. Würde ich's mal behaupten. Ist das jetzt wirklich schon die Insel? Oder ist das eine optische Enttäuschung? Ja, das ist tatsächlich schon die Insel. Also wirklich gar nicht weit. Aber müsste eigentlich jetzt mal was kommen, ja, von wegen Icarus. Du bist... Ah, jetzt. Du bist... In der Nähe des Ziels ist in der Nähe. Ja, wo denn? Zeig mal bitte her. Wie groß? Okay, also doch hier. Aber wir können leider nicht ganz ran. Also hier gibt's so eine unsichtbare Wand. Das heißt, wir müssen schwimmen. Raus. Und wir können weiter über Hades singen. Ist mir auch völlig schnurzpiepegal. Ja, wir gehen auf diese kleine Insel. Gucken natürlich bei dieser Gelegenheit alles an, damit wir nicht normal hergehen müssen. Weil es gehört ja auch mit zu Kutera, dieses kleine Ding hier. So, also wir sollen eigentlich nur den Schiffsführer finden, was wir gemacht haben. Und jetzt nur noch töten. Also könnte man auch hier von diesem Stein aus schon machen. So, und dann sagt man Tschüssikowski und stirbt. Das glaube ich auch. Aber das war die Quest. Ah, tolle Befehle. Ihr seht das ganz einfach.